Haben die das da reinforce? Tachanka und Kavera ist am Rome Ey geh mal ins Tachanka und kill den damit Könntest du Marvin einen Headshot geben? Jemals, wenn du das schaffst Wenn Tachanka damit killt Nein den schaff ich nicht, der killt mich Mach doch mal! Er ballert jetzt schon auf mich Mach egal, das hört dann Ah Kavera, jetzt, jetzt, jetzt Oh nein Junge Ich hab das doch gesagt, Alter, geil Alter Nice shit, Digga Oh mein Gott, Mom, Digga Jungs, er hat selber nicht an sich geglaubt Out of the way Jetzt kommt Doc Ja, wir sind hier mit Doc und den da Komm doch Hä? Alter Alter Wieso warnetest du mich? Was tönt ihr euch? Hallo, was macht ihr denn? Oh ok, der war Server schon Server, ne? Äh, ist Ash Oh 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 Das ist so gewinnt. Kann ich mit links im Korb noch? Was? Okay, passt gut. Sorry. Alter, von uns wird jetzt sterben Marvin. Ja, das bist du wahrscheinlich. Ich weiß, deswegen. Und er sagt doch so offensichtlich, dass du schufst. Und ich bin da drauf trotzdem reingefallen. Das war ein Dropshot, Alter. Vor allem vor der 180, Alter. Wir haben gar nix eng eine Runde, die wir mitspielen. Toll. Warum? Idiot, warum? Hilfst du die alle? Report Toxic Helfer. Yo. Hebt mich auf. Was sind das hier alles? Manu, komm bitte. Was ist das für ein Löcher, Mann? Alter, Manu. Manu. Hier nimmt die Bubble. Alles klar. Komm mit hier rein. Komm mit hier rein. Manu. Mach hier. Ah, da ist einer. Der ganz rein in der Ecke. Nilas. Nil. 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 Nil, Jungs. Nil, Jungs. Nil, Jungs. Nil, Jungs. Nil, Jungs. Ich schnee einfach nach einem Small-Arf kaum. Ich hab Manu nen Double-Fuse-Goal. Er hat mir einfach play of the game, doch mal. Nil, Jungs. Nil, Jungs. No, was macht er? Wir müssen nicht mal rausspringen dafür. Was im Weg, Mann. Oh, Keyblade, Alter, das waren so schöne Kills, aber ich hätte die Schuss in Missionen kennen. Alter, das war ein Süßes. Wird das ein Ace? Headshot Spawn Kill Ace? Nein, nein, er macht das, das will ich dir geben. Keyblade, Keyblade. Klaut's ihm nicht, klaut's ihm nicht. Am Fenster, am Fenster, am Fenster. Nein, nein, ich guck nur, ich guck nur. Er war, er war am besten. Schade, Keyblade. Egal, Headshot Spawn Kill 4K. Ich weiß, dass man sauber geht, aber ich hasse die Schuss. E-Towns, go! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Baited. Wo? Nice, danke, Leute. Ich bin gebaited. Zehn. Mann! Hast du gebaited? Ja! Warum ich stand doch da die ganze Zeit? Du bist von mir hergerannt. Aber das war nice, danke für die zwei Kills. Hast du ein Radio, danke. Das Radio. Loll. Nimm dir's, nimm dir's und dann geh ran. Hier ran. Ja, kannst du nicht. Passiert's ran? Nice. Let's motherfucking go. Yeah! Das war geil. Was? Das war richtig geil. Das war richtig geil. The fuck. Hehehe. Plente, Dennis. Er ist full flashed. Oh my god. Plente, Plente, weiter, Plente, weiter. Ah so. Sledgey, Dennis. Hallo? Woll ich ihn sletschen, oder? Hallo? Hehehe. 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 Nein, warte. Hehehe. What the fuck. Hello there. Will he sletschen, ja oder nein? Nein. Lass ihn uns alle töten. Warte. Hehehe. Kill ass. Hehehe. Hehehe. Er klascht die runde Jungs. Awww. Awww. Four eliminated. Guck mal. Wie lange er braucht um mich zu killen. Hehehe. 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 Oh mein god. Hehehe. Hehehe. Nooo. Wieso funktioniert das? Hehehe. 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 What the fuck. Hehehe. 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 Was macht... Ich verstehs nicht. Ich... Was seh ich da gerade? Hehehe. 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 Ist der irgendwie... Was war das gerade? Hahahaha. Kommen wir da für... Können wir da für bitte einmal applaudieren? Hehehe. 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 Was? Mari. Ich hab zwei Leute gekillt, ne? Drei mit mir. Achso. Wie findest du das? Was ist das für ein Bot-Game? Oh mein Gott. Wie findest du das? Ich werde verhört. Oder auch nicht. Weil ich in der Nähe war. Er sagt nichts mehr. Ich bin wegen dir geschockt. Ja. Nein! Digga, was? Der Digga, was? Ja, ist so Marvin. Du schreist, du. Ja, das ist Gold. Wettest du direkt, Angelite? Nee. Nee. Was soll ich denn bekommen? Diese Tarnung für Laien. Dass er nicht im gelben Anzug ist, sondern in einem weißen. Ja, ich auch. Und für Fink habe ich das auch bekommen. Was soll ich? Die haben doch schon diese Uniform. Ja. Aber in weiß jetzt. Digga, das lebt wieder so lange. Junge, bei mir hat es richtig lange geladen. Dieses Christ ist Jason Bourne. Outbreak Pack, Fehler. Der hat mir den weggenommen. Ich hatte grad vier. Hab einen geöffnet. Bei dem zweiten kam Fehler. Jetzt hab ich noch zwei. Junge, sofort Ubisoft anschreiben jetzt gleich. Ey Leute, ich hab extra. Ich hatte gestern vier Alpha Packs. Pass auf jetzt. Ich hatte gestern vier Alpha Packs. Eins hab ich aufgemacht. Da hab ich was rausbekommen. Dann hab ich das zweite aufgemacht. Dann hat er mir gesagt, Error. Die Sache ist, dann hatte ich Angst, die anderen beiden noch aufzumachen. Und jetzt sind die auch weg. Jetzt hab ich gar keine. Nein! Nein! Wie war das kein Headshot? Trinkt ihr das? Ich hab vier HP, Alter. Ah, das war voll. Es ist echt... Ich seh nur sein Gesicht. Wie ist das kein Headshot? Wie ist das kein Headshot? Überlebt was hinter dem... Die Kamera um achtung! Hä? Ich war gar nicht bei dir. Ich weiß aber, shit, das ist schon vorhin reingeplant. Ich wär schon tot. Einfach Diffusion Mablen. Mach einfach. Scheiße, das ist ein Blass. Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Das kann ich nicht machen. Mach einfach. Noch einen. Bitte! Frennt sie nicht! Nimm doch nicht! Oh! Was hast du denn gemacht? Ich hab's leider nicht gesehen. Oh Mann, warum immer? Du hast die Vakery Cam kaputt gemacht! Kann ich wahr! Klar! Ich hab genau gesehen, wie du die Cam kaputt gemacht hast! Kann ich wahr! Ich hab in der Cam gesehen, dass jemand von Marvins Richtung aus geschossen hat. Jetzt kann Marvin, wie lange kannst du dich spielen? 30 Minuten. Oh shit!